Unter 16-Bit-Architektur versteht man in der EDV eine Prozessor-Architektur, deren wesentliche Wortbreite 16 Bits beträgt. Prozessoren, die eine 16-Bit-Architektur verwenden, werden häufig auch als 16-Bit-Prozessoren bezeichnet. Analog dazu werden auch Computerprogramme, die auf eine solche Architektur ausgelegt sind, mit dem Attribut 16-Bit versehen. Architekturen, die PDP-11 war der erste 16-Bit-Prozessor der Digital Equipment Corporation, der TMS9900 war der erste 16-Bit-Hauptprozessor von Texas Instruments. Er wurde 1975 zu Serienreife gebracht und ab 1979 in den Heimcomputern TI 99 Viertel bzw. TI 99 Viertel A verbaut, die allgemein als erste erschwingliche 16-Bit-Heimcomputer gelten. Die WDC 65816-65800-Zweitel-Prozessoren von Western Design Center sind die 16-Bit-Nachfolger der 8-Bit 6502-Serie von MOS Technology. Die Intel 8086, 80186 und 80286 der Inter-80 Pro 86 Familie waren mit 16-Bit-Registern ausgestattet. Die Basisadressen wurden erweitert durch eine Segmentadressierung und die MSXMS-Standards, so dass sich Speicher bis 1 MB direkt und bis 16 MB über Mapping ansprechen ließ. Ab dem 80386 wurde die Familie auf eine 32-Bit-Architektur erweitert. Die Motorola-Prozessoren 68000 und 6800010 der 68000R-Familie waren mit externem 16-Bit-Datenbus und interner 16-Bit-Alu ausgelegt. Das Programmiermodell orientierte sich jedoch von Anfang an an einer 32-Bit-Verarbeitung, die in den späteren Modellen dieser Prozessor-Familie voll umgesetzt wurde. Der TI-MSP 430 ist ein 16-Bit-RISC-Micro-Controller der Firma Texas Instruments. Design Beeinfacht dargestellt bedeutet 16-Bits, dass die Prozessoren durch ihr Design so ausgelegt sind, dass 16-Bits gleichzeitig bzw. während eines Taktes verarbeitet werden können. Das schließt die externe und interne Gestaltung von Daten- und Adressbussen, die Ausführung des Registersatzes sowie der Recheneinheiten mit ein. Weiterhin findet sich im Befehlssatz meist eine speziell auf 16-Bits angepasste Umsetzung eines Teils der gängigen Adressierungsarten. Programmiermodell Unter der Programmiersprache C schlägt sich die Anzahl der Bits insbesondere bei der Größe der Datentypen Void, Sternchen und Entnieder. Das erfolgte zu einer Zeit, in der auch schon erste 32-Bit-Systeme existierten. Zur Repräsentation der schnellen Prozessor-Operationen setzte man hier den Endtyp auf 16-Bits. Da dieser für viele Berechnungen jedoch zu knapp war, setzte man den Long-Typ auf das Doppelte, nämlich 32-Bits. Abgekürzt nennt man diesen IP16. Die ersten verbreiteten Betriebssysteme wieder ausarbeiteten mit IP16, jedoch wurde hier frühzeitig eine Segmentierung hinzugefügt, sodass auch 16 plus 1 6 segmentierte Zeiger existierten, die effektiv nur in 32-Bits gespeichert werden können. Analog kann das als LP32 abgekürzt sein, was für die 32-Bit-Architekturen dann übernommen wurde. Die meisten Unix-artigen Systeme wurden in Kompatibilität zu 32-Bit-Architekturen frühzeitig als LP32-Typ-Modell aufgefasst, bei der auch der Endtyp 32-Bit ist, obwohl in 16-Bit-Architekturen Programme durch die halbe Wortbreite verlangsamt laufen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017